So, Part 1 wurde glücklich überstanden und jetzt labert mich erstmal laubovoll. Aber zum Glück ist er schnell wieder weggegangen. Und da steht er wieder rum. Nein. So heilen war ich schon. Ich kaufe mir jetzt noch... Oh, steht, ich habe noch kein Geld bekommen. Kaufe ich mir einen Trank. Ja. Kann ich mal mit den Leuten hier reden. War aber Zeitverschwendung. So, was ab. Sag mal, Trainer, sind deine Pokémon auch alle munter? Ja, ich habe gerade geheilt. Meine zwei Pokémon sind sehr munter. Aber ich weiß leider nicht, ob ich jetzt hier irgendwo Items bekomme. Von daher renne ich einfach weiter. Warum hast du zwei Karten dabei? Weil... ...ich die noch meinem... ...rivalen Randoms geben muss. So, nächster Encounter. Und erstmal der erste Kampf. Äh... Ich liege mit Rockheim, Mann. So, wie heißt der? Wie heißt der? Er heißt... ...Daniel. Okay, das ist lame. Gut, Evo, Serb. Müsste ich jetzt halt wissen, was das für einen Typen hat. Ich gehe einfach weiter mit Schattenstoßen. Die Attacke hat sich bisher ganz gut bewährt, wenn eine Ampelleuchte mich jetzt nicht irgendwie finisht. Und was ist auch nicht tot? Autsch. Und das war der erste Kampf. Perfekt. Äh, Leute, wie viele EP. Hoffentlich overlevel ich weiterhin so. Also, wenn's was von den EP her... ...so scheiße bleibt. Äh, da fällt mir was ein. Und zwar mein Papinella existiert ja auch noch. Da hab ich halt ein bisschen Angst. Weil die Verteidigung echt scheiße ist. Aber der Angriff geht schon richtig ab. Ein Blubber mit 70. Stimmt, das darf ich nicht vergessen. Das darf ich nicht vergessen. Dass die Attackennamen erstmal noch nichts darüber aussagen, was das für eine Attacke ist. So, wie heißt du? Ich hoffe mal, es hat geklappt mit der... ...nah, äh, random... ...Astrin oder Daniel? Okay. Äh, äh, sind jetzt alle Daniel, oder? Ich muss euch mal das vorstellen. Ein Visor. Das Visor des Todes wahrscheinlich. Okay. Okay. Ich kann mich mal schmerzen. Ist es jetzt ein Visor oder ein Rayquaza? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh fuck, mega sogar. Bitte sei schlecht. Ja! Es war ein Volltreffer sogar. Das sollte an mich gehen. Und ich gehe nach diesem Kampf erstmal heilen. Mein süßes Fellilu, ja. So, der nächste Encounter steht bereit. Die Frage ist jetzt, äh... Kämpfe ich erst gegen den? Ich glaube nicht. Zuerst hole ich mir meinen Encounter. Ist es ein O-Mod? Ist es ein O-Mod? Mich stört irgendwie... ...dass es bisher O-Mod war... ...Motterpeel... ...und Papinella. Das ist bestimmt Warnit, oder? Es ist bestimmt Warnit. Ja, es ist Warnit. Gut. Hätten wir das auch geklärt? Na, wie nächstens geht es weiter... ...bergauf mit Angriff und Spezialangriff. Ja, das ist kein Fang-Pokémon. Ich hätte wahrscheinlich eher das andere... ...wahr kein Mann vortun sollen. Weil kein Mann ist zwar jetzt nicht so ein Angriffs-Monster. Kann aber dafür... ...dafür ziemlich gut tanken. Gut, das hat ne Weile geladen. So, wenn der jetzt auch Daniel heißt, dann... ...der ist Cammy. Okay. Lavadous. Okay. Mit... ...dem Pokémon Lavadous habe ich... ...äh... ...ist ja seltsame Assoziation. Aber darauf gehe ich dann... ...lieber nicht weiter ein. Äh, ich mach erst mal Schattenstoß. Das wird ein Nachspiel haben. Jetzt habe ich Angst. Okay, Nachspiel lehrt nur die AP. Von daher gehe ich auf Risiko. Also... ...easy. Zeitenlärm. Oh, schade. Okay, es trifft auf uns beide zu, von daher. Von daher hat sich, äh, das Ganze egalisiert. Und der macht noch mal Aquaropizza, wo die Attacke richtig scheiße ist. Weil das nenne ich einen Genius. So, ich habe ja in der Zwischenzeit auch mal die Typen-Tot-Bilder geöffnet. Nur zur kleinen Unterstützung. Groll, was bringt denn Groll? Groll, was bringt denn Groll? Mhm. Sie ist ehrlich gesagt nicht sündig. Mann. Ja. So, gut. Wieder heilen rennen, nicht? Ah, doch, ich kann. Äh, gut. So, das ist neuer Encounter wieder mal. Ich guck mal kurz, wie es mit meinen, um meine Pokémon steht. Ah, das sollte verkraftbar sein. Oh, sehr gut, du bist zum Trainieren hergekommen. Alles gut, dann lass doch mal sehen, wie stark du bewahrten bist. Schade. Was wird er für Pokémon haben? Gladiantri. Gladiantri sieht ja erstmal ungefährlich aus. Jetzt ist so die Frage, was hat es für Stats? Was hat es für ne Fähigkeit? Was hat es für einen Typen? Was hat es für Attacken? Hehehehe. Im Endeffekt ist ne Randomizer-Challenge so viel, als hätte man das Spiel grad zum ersten Mal spielen. Dann hat einfach keine Ahnung. Okay. Das ist nicht so effektiv. Das ist so gut. Trockenheit wirkt. Okay. Und setz ich Wasserring rein. Äh, machen wir Zeit mit dem. Zack. Ist auch nicht so effektiv. Aber ich kann jetzt leider erstmal nicht mehr angreifen. Da muss ich wohl auf die andere Attacke ausweichen. Ich hoffe mal, dass die was bringt, weil wenn die mir auch nicht auch so schlecht ist. Dann werde ich wohl über... wohl oder über... auf Schattenstoß vertrauen müssen. Schade. Bisher war alles nicht sehr effektiv. Okay. Schocksam. Ah, der hat aber auch immer noch Attacken auf... auf Lager. Oh nein. Spezialverteidung sinkt. Das wird mir tatsächlich zu riskant. Oh shit. Das kann richtig viel Schaden machen. Okay, macht's nicht. Äh, Schattenstoß, ja. Ey, das bringt nichts. Das bringt nichts. Der hielt sich schneller hoch, als ich... als ich ihn besiegen kann. Das Problem, dass ich hab, dass... wenn ich jetzt Papinella reinwechsel, dass... dass vielleicht One-Hit ist. Weil es schlechte Verteidigungswerte... Wenig KP. Oh shit, dieses Ding ist tot. Warum hab ich das gemacht? Holy shit. Komm zurück, Saug-Akt. Scheiße. Was ist das? Er gewinnt. Wenigstens ist meine Spezialverteidigung jetzt nicht mehr scheiße. Nein. Hm. Ich hätte mir mehr Tränke kaufen sollen. Vielleicht noch einen Wasserring machen. Was ist denn Trockenheit für eine dumme Fähigkeit? Gut, ich werde jetzt mit Schattenstoß weiterhin angreifen. Das lohnt sich nicht. Äh, ich guck noch mal kurz nach. Also, mein Angriff ist am besten. Ich weiß nicht, ob Fauna-Statue da vielleicht... Ich glaub, Zeitenlärm hat vorhin mehr Schaden gemacht. Ich werd mal wieder mal Zeitenlärm angreifen. Na gut, das macht... Das macht eigentlich einiges an Schaden. Aber jetzt zieht er sich zwei Runden hoch. Das ist halt schlecht. Das ist Pech von meiner Seite. Dass ich Attacken hab. Zwei Attacken hab, die mich aussetzen lassen. Hm. Und das Problem ist, wenn ich mich hochheile, dann hat er auch Zeit, sich mit seiner Trockenheit hochzuheilen. Und Trockenheit ist irgendwie... Heißes Wetter reduziert KP, Wasser steigert KP. Ich seh jetzt aber nicht ganz, wo hier das Wasser ist. Achso, weil es regnet. Wie lange regnet es jetzt noch? Hört's da bald auf? Oder wie sieht's aus? Weil das war echt wichtig, dass es aufhört zu regnen. Ohne seine Trockenheit, weil er schon lange besiegt. Warum regnet's überhaupt? Habe ich da was nicht mitbekommen? Ich glaub schon. Oh, jetzt wär' der auch noch ab. Ich höre, die Trockenheit. Die Trockenheit. Sie zerstört alles. Zum Glück hab' ich meinen Wasser-Ring. Papinella kann auch nichts reißen, dass er teils One-Hit. Ich kann hoffen, dass er irgendwann noch Verzweifler kommt. Okay. Es sieht gut für mich aus. Es sieht gut für mich aus. Aber der Rückstoß. Aber der Rückstoß. Äh, nicht der Rückstoß, sondern... Wie nennt man das? Keine Ahnung. Ja. Das Aussetzen. Zack. Zeig deinen Lärm. Das war'n Scheiß. Ja, das ist jetzt natürlich ein Volltreffer, damit ich mich auch wieder hochheilen muss. Weil es überhaupt kann. Wenn der jetzt nochmal schocksam macht, bin ich tot. Oder? Oh shit. Oh, Junge, was für ne Apokalypse. Ist zwar noch nicht gestorben, aber das kann doch nicht euer Ernst sein. Und dann gibt mir das Gladiantrub bestimmt nicht mal viele, viele Erfahrungspunkte, falls ich überhaupt gewinne. Volltreffer. Super. Zwei Volltreffer. Das mit den Volltreffern ist schon scheiße. Wenn's jetzt wieder ein Volltreffer wird, ich weiß nicht. Perfekt. Gibt's ja wahrscheinlich irgendwie singt. Fuck. Das Vieh wäre raus. YOLO. YOLO. Komm, mach'n Quit. Bitte, mach'n Quit. Mach'n Quit. Fuck. Ich bin tot. Der macht jetzt zweimal schocksamen. Wobei... Doch, der stand wegen des Rückstoßes. Ahhhh. Hatt' ich vorhin doch nicht. Jetzt ist lächerlich. Ich werd' die Ziele... Okay, da bleibt mir keine Wahl mehr. Außer jetzt meiner... Mein letztes Heil-Item zu verschwenden. Ich hätt' ne Tränke kaufen sollen. Mann. Ich hab' nicht gewusst, dass ich jetzt gegen den Rivale... Perfekt. Das ist mein Sieg. Das war'n glücklicher Zufall, dass ich jetzt abgewehrt hab'. Das dürfte mein Sieg sein. Also jetzt noch nicht, aber dann... Nächste Runde. Nächste Runde, wo ich angreifen kann. Jetzt kommt der natürlich mit seiner Trockenheit an. Ah, der Wasserring. Der Wasserring. Zum Glück habe ich diese Wasserring-Attacke bekommen. Ohne Wasserring wäre ich komplett aufgeschmissen. Bitte, bitte, bitte. Bitte besiege es. Ende die Qualen. Ja. 68 Erfahrungspunkte. Das ist nach 3. Angriff plus 3. Spezialverteidigung plus 0. Warte mal, ich muss mal... Ich muss mal bei der Papinelle aufs... auf seiner... auf seine Initiative schauen. Weil wenn die Initiative und der Angriff hoch sind, das... Das ist sehr gut. Äh, mit Papinelle lebe ich echt... Lebe ich echt an... an der Grenze. Heilen die eigentlich? Ich dachte, die heilen... Oder erst danach. Nach diesem... Hof-Arc. Ja. Der spielt noch irgendwo. Okay, die halten nicht. Sehr gut. Äh, ja. Äh, den Inkonto hole ich mir jetzt nächstes Mal. Und dann... Ja, auch bis zum nächsten Part. Tschüss.